Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pixelmall in Battle League. Go, go, Server, go, go. Wir haben, glaube ich, eine Hälfte des Team Aquas auf dem Server, aber ist mir wurscht. Ich trainiere trotzdem. Und Abra, hallo. So. Guten Tag, liebe Welt. Wir waren gerade beim Poké Center gewesen, wie es aussieht. Wunderbar. Wow, was ist mit meiner Maus-Sensivität passiert? Ich glaube, mein Optifinal ist wieder runter. Moment, Video-Settings? Nee, ist noch da. What the fuck ist mit meiner Maus-Sensivität passiert? Äh. Boah, pion, 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 pion. Alter, was ist denn passiert? Holy moly. Warte mal, Controls, Maus-Sensivität. Auf 80? Besser, aber nicht. Aber nicht. Wie geht da? Wow. Okay, ähm. Oh, das ist aber ein dickes Taubsi. Ganz schön ein dickes Taubsi. Äh, okay. Was, 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 wen, wie, wo und überhaupt. Also. Okay, wir haben, ähm, äh, Loa-Blatt. Oh, guck mal. Ein Bisa-Floa. Ne, Bisa-Knosp. Bisa-Knosp. Es ist ein Bisa-Knosp. Und es ist fett. Und ich darf es fangen. Wär schon geil. Und ne, ich will es nicht fangen. Es hat keinen Sinn, es zu fangen. Auch wenn es geil ist. Nein, 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 nein. Wir werden es verhauen. Äh. Ich kann nicht immer alles fangen, was du süß ist. Verdammt auch mal. Ah, das geht nämlich nicht. Mann. Hey. Das war die falsche Attacke. Das war natürlich ganz clever. Okay. Level Up, aber sowas von. Alice. Witch. Okay. Using a strange one. It's one of its allies. Ne, das ist eher eine doofe Idee. Das kann nämlich... Ne, das ist blöd. Da ist ein Merrill. Makro. Your turn. Okay, nur Level 7. Mist. Gut, egal. Einfach drauf. Ja. Sag ich doch. Was, da ist ein Taubboss? Ups. Schon wieder daneben gesprungen. Ich bin aber auch so ein Held manchmal, ne? So. Das ist ein Taubboss. Guck euch das scheiß Riesenvieh an. Du bist krass geil. Mein Freund. Also. Im netten Sinne. Weißt du, was? Ich... Boah, ist das groß. 42. Oh Gott. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen. Ja. Ähm. Run! Run for your life! Das war eine blöde Idee. Weil mein Loreblood natürlich nicht so gut gegen Flug-Pokémon ist. Sollten wir das vielleicht sein lassen. Wir haben noch so ein Murkrow. Das wäre mit Level 20 auf jeden Fall noch gegen das Vieh antreten müssen können. Ihr macht's fertig. Aber sowas von. Ich würde mich noch mal mit. Boom. Schakalaka. Sehr schön. Nightshade. Ähm. Da gibt's die... Nix der... Manche... Puh. Das ist gar nicht mal so schlecht, oder? Switched in Battle. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Das ist toll. Ja. Nightshake. Jetzt hätt ich auf, um die blöden Bären zu sammeln. Ich mein, so viel Pokébälle brauchen wir niemals im Leben, ey. Es sei denn, wir wollen alles an Pokémon, die wir bereits haben, einen höheren Level fangen, aber ich glaube, das wird nicht unbedingt funktionieren. Guten Tag! Oh! Schauen wir mal, was machen wir denn hier? Schick, schick! So. Wieder an die Arbeit hier. Sehr, sehr toll. Ja, ich weiß, ich könnte eigentlich angreifen, aber ich hab ehrlich gesagt keine Lust, weil ich will mich auf die wichtigen Battles vorbereiten und das heißt trainieren, trainieren, trainieren und nicht die Zeit verschwenden mit quasi, ja, kämpfen für Loot. Und das macht mich Angst, meine Pokémon zu verlieren, das ist immer blöd. Also das wäre es lieber. Und machen hier Stress. Zum Beispiel so ein hässliches Spearoff. Du bist nicht hässlich, ich weiß, tut mir leid. Komm her! Äh, nehmen wir mal direkt das Nightshade. Das hat nichts gebracht. Wow! Das... Wow! Hä? Habe ich den denn jetzt voll weggelackt? Ich glaube ja, aber... Hä? Uh, wir haben Futter gekriegt. Hm. Ja. So, die zwei kämpfen... Alter, wo kommt die jetzt einen Raub bisher? Eine Raupen-Invasion! Raupen-Invasion! Tschüss ihr zwei! Habe ich mich jetzt geheilt? Ja, habe ich, ne? Natürlich! Ei, ei, ei. Ein Tray näher. Level 2. Nehmen wir... Wing Attack! Wing Attack! Wing Attack! Wing Attack! Wing Attack! Okay, okay. Egal, trotzdem. Und Wing Attack! Wunderbar. Das war doch mal nicht sehr ertragreich. Ja, schön. Was bringst du denn? Gar nichts. Okay, gut. Naja. Wann bist du denn? Ah, du bist die Vorhandwerkung von dem Düschin. Glaube ich. Also, Vermutungen. Ah, du bist Pflanze? Vielleicht ein bisschen Konfusion drauf? Oh. Schatzbeam? Na, geht so. Aua! Failed. Das ist immer gut. Failed mag ich gern. Level 25. Wuhu. Hacke, ticke, ticke. Was? 37. Das ist aber... Äh, äh... Bis 23. Dich kann ich, glaube ich, mal mit meinem Murkrow-Hack kloppen? No. Bleib stehen! Takt. Aha, geht doch. Wing Attack! Oh, der haut rein. Oh, der haut rein. Fertig, passt schon. Au! Achso, er hat sich selbst umgebracht. Oh. Das ist gemein. Finale. Zah. Gut, dass die Attacken in, äh... In, äh... Unseren Kämpfen verboten sind. Ja, die dürfen wir nicht einsetzen. Das ist immer ganz gut. So, ab zum Poké-Center, solange wir noch Zeit haben. Wuhu. Shoulder! Shoulder! Wui! Bada, blap, blap, blap. Ich hab ihn da jetzt gesehen. Achso, Team Aqua. Ja. Bin ich gerade runtergegangen? Äh, ach, keine Ahnung. Bada, 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 bada. Okay, okay. Kann ich eigentlich noch gerade irgendwas? Wann mal, wir haben das Filmwerk. So, alihip. Man muss ja auch irgendwie in Koexistenz existieren, nicht wahr? So. Okay, äh, wir müssen ja mal unser Kadabisch. Kadabra, Kadabra. 45, das ist hart. Da kommen mir jetzt ein Spinnen her. Ist ja ekelhaft. 14. Oh, ein Mini-Pikacho. Das muss ich verhauen. Weil es 27 ist. Konfusion. Ich hab ganz schön viel Mist mit. Alter, Alter. Und Murkrow. Ähm, räumen wir mal auf. Weg. Weg. Das war's. Ne, hier. So ein Pilz. Weg. Okay. So, was haben wir noch so rumfliegen? 16, 35. Oh, guck mal. Wenn es das Baby wäre. Bleib stehen. Oh Gott, ich glaub, Slowpoke ist mit Konfusion eher so nicht so. Ist mit Chargebeam? Ja, das ist okay. Das macht mich, glaub ich, müde, oder? Oh, Gott sei Dank. 26. Ähm, komm hier. Immer drauf, immer drauf. Ja, 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 ja. Puh, okay. Wir sind gut dabei, gut dabei. Hut, Hut. Du bist nicht high genug. High. 19, 14, Carpador. Cadabra bringt mir eh nix. Wenn sich wegteleportiert, ist es nur verschwendete Zeit. So. Ah. Ich fliegen mal Sachen von mir rum. Sogar nicht. Ah. Huiduiduiduiduiduidu. So. Hut, Hut. Ach, komm. Dann eben... Ja, ja, hier. Komm. Hast du mich grad eingeschläfert, du Arsch? Ich glaub, Takt. Mach mal schön wieder auf. Madame. Dankeschön. Ich glaube, Takt. Ehrlich. Okay. Ähm... Achso, Kadabra ist draußen. Ja. Da vorne sind noch fette Viecher. Da vorne ist noch ein richtig fettes Vieh. Wie viel fett bist du denn? 31. Das ist ja eigentlich relativ. Komm, mein Chart-Team ist stärker als du. Muhaha. 27. Very nice. Very nice. Oh, guck mal, so ein kleines Gift-Dings. Du hast dir gerade selbst weh? Gut. Aha. Chart-Team. So, was gibt's dir sonst noch? So ein hübsches... Ja. Nein. Ja. Vielleicht schaffe ich das sogar noch. Ja, ja. Hier, komm. Go. Äh, uh. Ja. 28. Psy-Beam. Psychostrahl. Psy-Beam. Ja! Äh, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich, sag ich. Okay. Disable. Oder Kinesis. Hmm, disable. Ja. Psy-Beam. Psychostrahl! Pew, pew, pew! Mega pew, pew! Super! Phytostrahl! Explosionen! Will er mich verhauen, oder was? Soll er doch kommen? Ich mach ihn fertig! Ich mach ihn fertig, fertig! Ich bin dann wieder auf dem Höhenflug. Lass mich, ich darf das! Will er? Nö, ne? Gut. Ist auch besser für ihn. Ist auch sehr viel besser für ihn. 21. 28 sind wir, ne? Gut. Sidebeam. Au! 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 Was? Au! Was? Was? Au! Das war aber jetzt nicht so nett. Hier, äh... Was mach ich denn mit dir? Ach komm. Wir verhauen uns gegenseitig mit demselben... Ey, willst du mich verarschen? Au! Au! Was? Warum? Dieser Drecksack! Was kriegst du zurück? Ja! Kackapupu hier, ey! Gut, dann gehen wir wieder zurück zum PokiCenter. Was hat die Zeit? Die Zeit sagt, naja, nicht mehr so viel Zeit. Aber ich kann ja zum Glück, äh... Im Anschluss dieser Folge noch eine Folge aufnehmen, was ich auch tun werde, wenn sich niemand Starkes auf den Server noch rauftummelt in der Zwischenzeit. Und dann geht's... weiter mit, äh... Ganz schön dickes Vieh. Aber mein Lorat ist auch ziemlich cool. Ähm... Mit... Mit... Ich hab's vergessen. Juhu! Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Trainiererei, damit wir endlich jemanden ordentliches verkloppen können, mal wieder. Muss man mal ja raussuchen, den ich als nächstes nehme. Nee, Trainer hab ich ehrlich gesagt keinen Bock davon. Pikachu. Huch. Noch eins. 41! Das ist hart. Ähm, wenn du da oben bist. 38. Wie war du? Ey! Wo ist es hin? Da ist noch eins. Da ist das 38er. Ja? Komm her! Du... Ja, geht doch! Mein Gott! So. Äh, fight. Fight beam. Aua! Wie kann das für mich denn nicht hauen? Das kann... Hallo? Das ist nicht cool. Äh, 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 Magical Leaf hier. Uh. Hoffentlich nur ein Level. Oh Gott sei Dank. Jetzt können wir mit ihr nicht mehr arbeiten. Mist. So, wir müssen jetzt auch vom Server. Ich geh schon mal trotzdem Richtung Pokis. Und da müssen wir ja gleich hin. Und... Disconnect! Und Däumchen da lassen! Und bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao!